Was hat schon sehr früh angefangen bei mir? Und zwar an meiner Kindheit. Ich habe als Abiturient bei dem Wettbewerb Jugendforsch mitgemacht und mich hat interessiert damals, ob man eine Lösung finden kann, den Straßenzustand zu bestimmen. und insbesondere Eis, Wasser und trockene Fahrbahn zu unterscheiden. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich bin als Kind mal hingefallen mit dem Fahrrad und habe festgestellt, dass man eine nasse Fahrbahn nicht unterscheiden kann von einer vereisten Fahrbahn. Als Abiturient habe ich dann einen Sensor entwickelt, basierend auf Mikrowellen, Strahlung auf der einen Seite und Infrarotstrahlung auf der anderen Seite, der berührungslos den Fahrbahn detektieren konnte. Mit diesem Gerät habe ich bei Jugendforsch teilgenommen und auch eine Platzierung gemacht beim Bundeswettbewerb und das hat mich dazu ermutigt, in die Wissenschaft zu gehen. Wir studieren sogenannte optische Mikroresonatoren. Das sind Strukturen, die Licht auf kleinstem Raum für lange Zeit speichern. Und was wir mit unserer Forschung in den letzten zehn Jahren entdeckt haben, ist Folgendes, dass sie mithilfe dieser kleinsten Mikroresonatoren mechanische Bewegungen, kleine mechanische Vibrationen koppeln können an den Lichtdruck, an Lichtstrahlung. Und damit lassen sich unglaublich präzise Sensoren entwickeln, die mechanische Bewegungen messen können, aber nicht nur messen können, sondern wir können mechanische Systeme auch in ein Regime versetzen, wo sie sich quantenmechanisch verhalten, wo ihr Verhalten nicht mehr durch die Gesetze beschrieben wird, der klassischen Physik. Also die erste Anwendung der Optomechanik ist, wir können mechanische Bewegungen unglaublich präzise messen. Um einen Vergleich zu geben, in jedem Telefon heutzutage stecken fünf Beschleunigungssensoren. Das sind Sensoren, die einen kleinen mechanischen Spiegel haben, der sich bewegt aufgrund von einer externen Kraft und die elektrisch gemessen werden. Mit Hilfe der Optomechanik, die einen solchen Freiheitsgrad, einen solchen mechanischen Oszillator an Lichtfeld koppeln, können wir heutzutage fast zehn Größenordnungen genauer messen als die kommerziellen existierenden Sensoren. Die zweite Anwendung ist der optische Mikroresonator, der sich ebenfalls nutzen, um Licht einer einzelnen Frequenz zu konvertieren in einen sogenannten Frequenzkamm, in viele äquidistante Laserlinien. Und ein solcher Frequenzkamm kann beispielsweise genutzt werden für die Telekommunikation. Hierzu haben wir jüngst mit Kollegen aus Karlsruhe ein Experiment gemacht, bei dem wir die neu erzeugten Laserlinien genutzt haben, in ein Datenübertragungsexperiment. Und anstatt einzelne Lasermodule zu haben, die jeweils einen Laserkanal erzeugen, haben wir einen einzigen Laser mithilfe des Resonators konvertiert in hunderte neue Linien und können so hunderte von Lasern überflüssig machen. Und das ist eine Anwendung, wo Mikroresonatoren auch in der realen Welt ein Problem der Telekommunikation lösen können.